Hi Leute, willkommen bei Teezy! Ich rubeisch! Und wir kommen heute zu einem neuen Draft Battle. Ich sehe gerade, ich muss hier unten die Aufnahme noch starten bei der Kamera. Sehr schön. Ihr seht es nämlich jetzt gerade, ich klatsche nochmal. Hier liegt ein Würfel. Einige hatten unter das Video geschrieben oder ein paar Vorschläge darunter geschrieben. Sie haben gesagt, ey, mach das Ganze doch mal mit einem Würfel. Somit kommt die 6 auch wieder rein. Sehr schön, Jürgen Klopp. Ein bisschen Probleme da, Mann. Und die Bestrafung wird sein. Zwei von diesen Kameraden bitte auf die Lippe. Das tut unglaublich weh. Muss nicht, ne? Und ich sag euch ehrlich, 20.000 Likes und wir machen das Ding hier nach Würfelanzahlen. Sagt mal jetzt, ich hab jetzt verloren, ich würfel jetzt. Fünf, ne? Wie viel hab ich bekommen? Oh, fünf. Mach der nur Fünfer? Das wär gut wiederum, ne? Die Eins. Deswegen, Freunde, lasst ein Däumchen nach oben da. Wir machen alles Ausstellung Manager. Mit dem Würfel 6 ist natürlich los. Frei los. Ja, also. Schnick, Schnack, Schnuck. Pah. Pah. Fang ich an. Okay. Also, das spiel dir natürlich aus. Okay, gut. Dann, ähm, starten wir hier rein. Deine Aufstellungen sind da. Erstmal. Das geht sogar ganz gut, wenn man mal ehrlich ist, ne? Ja, aber wie gesagt, ich glaub, Aufstellungen sind mir so wichtig. Ähm, ich geh rein. Fünf. Fünf. Eins, zwei, drei, vier. Und da hast du die fünf. Drei, vier, drei flach. Die geht klar. Wichtig wird jetzt halt nur, äh, Capitano, ne? Zeig mal, wer passt denn da jetzt? Ah, die würden alle passen. Die passen alle rein. Boah, das ist schon mal big. Dann ist mir das egal. Die passen alle rein. Die Nummer drei. Hoi, wie ein Zorn. Ein Zorn. So, dann geh ich dir direkt hier vorne drauf. Vielen Dank. Oh, eins oder vier, ne? Ja, eins oder vier wäre big. Vier wäre wahrscheinlich sogar noch wichtiger. Ja, ja. Jaaaa! Vier. Lock sie ein. Verlassen. Okay, wir gehen gleich hier weiter. Okay, dann würde ich gerne beim Premier League auch ein bisschen bleiben, ne? Mit einer Zwei. Ja, obwohl der halt aber auch gut für deinen... Ja, ja, das wäre auch gut, ne? Aber die Zwo würde ich auch nehmen, ne? Okay, Zwo gibt gar keinen Punkt, aber... Ist die Nummer drei. Aber auch wichtig, okay. Ja, der ist sogar am besten bis jetzt. Ja, nehm ich mit. Okay, nächste Passe. Hey, was ist das denn hier? Was haben wir denn hier? Ja, eigentlich nur die... Wie würde der hier empfehlen? Ey, oh, die Fünf wäre jetzt eigentlich für Sonnen eigentlich echt ganz gut. Die drei wäre schön. Jaaaa! Let's go! Ist aber Nachtwürfelmeister geworden, oder was? Ey. Das ist ja unfassbar, Alter. Ey, Bro. Das ist so unfassbar, wirklich. Ja, das ist Würfel für dich. Würfelst du ja auch immer in die richtigen Zahlen. Die... Ist das Zauberwürfel, oder was du mit deinem Profo gekauft hast? Eins oder vier. Nein. Nein. Ah. Sechs. Kannst du mal kurz auf die Eins gehen? Danke. Kannst du kurz mal alle durchgehen? Danke. 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 Dankeschön. Dankeschön. Schon die Eins mit. Alles klar. Gut. Weiter geht's. Alles, glaube ich, ist jetzt nicht so gut, aber da würde ich eigentlich die drei nehmen für den... Ja, für den Bruder, ne? Die drei. Ihr seht's ja auch. Ich werfe ja schön hoch, ne? Das ist ja... Ich lass ihn ja nicht reinfallen. Alles gut? Vier. Nummer vier. Okay. Lock ich dir ein. Boah, der ist jetzt halt ganz schön los da drin, ne? Weiter geht's. Na, was hat man hier? Bringt nix. Wäre sehr gut, die zwei. Wäre noch okay. Der Spanier. Wäre noch okay. Wäre noch okay. Und der wäre noch gut. Zwei oder fünf. Komm schon, bitte. Vier. Aber okay. Aber okay. Immerhin noch einen Punkt mitnehmen. Ich sage, Punkte mitnehmen ist wichtig. Und es ist ja nur Startelf, ne? Ja, ja. Das andere zählt nicht. Gut. Ich glaube, der Engländer hat, ne? Bringt dir immerhin einer. Bringt dir immerhin zwei. Ach, scheiße. Tottenheimer, ja. Bringt dir einer. Bringt dir keiner. Bringt dir einer. Oh, ich brauch die zwei. Zwei wäre wichtig. Vier. Ja, die liegt. Und das ist ein Nuller, ne? Das ist der schlechteste, ja. Das ist ein Nuller. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Weiter geht's. Oh. Er wäre halt gut. Fünf oder drei? Fünf oder drei? Sehe ich mich. Er wäre sehr wichtig. Die drei wäre jetzt ganz wichtig. Ah, komm schon. Bitte keine drei. Bitte keine drei. Ich lege Auge. Oh, 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 oh. Das Körbchen hat getroffen. Die zwei. Oh nein. Nimm die tief. Ich bin im Bruch, Digga. Würfel. Ihr habt so gut angefangen. Schlotte wäre natürlich eine ganz picke Hausnummer. Oh, hier passen aber echt einige eigentlich. Also klar, Schlotte wäre natürlich... Jetzt kommt wahrscheinlich hier eins. Nonplusultra. Die drei. Ja, okay. Aber das ist gut. Letzte Position. Ich halte 13 Chemiepunkte. Oh, oh. Klar, ne? Der ballert dich auf 17, 16, 15, 21, 14. Die zwei. Fuck. Bitte. Bitte. Ja! 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 Das ist unglaublich. Ja! Wie viel bringt er eh das an mir? 21. Wow, und Pfander sah selbst nur auf 20, ne? 17. Wow, ja. Safe. Ist klar, dann logge ich dir ein. So, dann noch dein Manager. Erstmal automatisch bevollständigen. Ja. Scheiße. Oh Gott, war der wichtig, Digga. Boah, aber keine Eicke, nix als Auswahl. Das ist auch noch. Gut. Manager kannst du ja schon mal abholen. Ja, hole ich den schon mal ab. Ja. Perfekt. Bringt nix. Bringt nix. Bringt nix. Bringt nix. Oh, bringt einer. Die vier wird einer bringen. Drei. Richtig, aber alter, was ein Luck schon, Digga. Also der am Ende war ja geisteskrank. Eder Sonne. 105 ist richtig gut. 105 ist richtig gut. Kann man schon, Baby. Kannst du nicht erzählen. Boah, also eine 105, die ist schwierig. 105 war wirklich, war wirklich wichtig. Also 105 ist geisteskrank. Du hast noch mit Pointy gebraucht? Ja, ja, ja. Mussten wir ja. Okay, gut. Da bin ich mal gespannt jetzt. Ich glaube, da ist es wirklich, ja, es ist egal. Wichtig ist, dass der Kapitän halt reinkommt, ne? Ja, ich würfel einfach, komm. Es ist die Nummer 4, ja, perfekt. Mit L-A-V, R-A-V, poah. Ich logge sie dir ein. Was haben wir als Kapitanos? Wir gucken mal kurz. Ja, also wenn ich jetzt die 5 kriege, dann gehe ich rutschen. Gehe ich rutschen? Gehe ich rutschen? Passt. 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 Brauch 1, 2 oder 3. Rest ist... Ja, vorbei. 2, 3. Oder es ist vorbei. Das ist mein Glück. Das war's. Warte, ich gehe als erstes hier hin. Das ist mein Glück einfach. Ich habe es einfach nicht. Die 6, komm, such dir was aus. Perfekt. Wehe, freie Auswahl. Freie Auswahl. Ding, 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 ding. Zum Kotzen, wirklich. Freie Auswahl. Irgendwas zum mal zeigen. Willst du mal irgendwo rein? Komm, ich nehme so einen, ich nehme so einen, ich nehme so einen De Paul einfach mit. Paul Pogba? Ne, De Paul. Ah, De Paul. Ja, nimm mal mal De Paul, weil ich glaube Spanische Liga kriegt man mehr. Okay, wir gucken weiter, was hier abgeht. Oh, auch sehr schöne Auswahl. Wir haben die 1. The Godfrey. Godfrey. Ein mit. Sieht gar nicht so verkehrt aus der Bray. Gucken wir mal hier. Wer wird der Gegenpart? Oh. Nummer 1. 1. Fabian. Wir gehen mal hier hin. Wir bauen mal ein schönes Muster auf. Nummer 2. 2. Upa Meccano. Du machst es auch ein bisschen emotionslos. Ja, ich habe ja schon verloren. Es ist ja schon vorbei. Was soll ich jetzt hier noch Emotionen sagen? Soll ich jetzt Hinderung machen? Oh, Scheiße. Cool, aber hier, wie sieht es denn hier aus? Nummer 4. Kannst du mitnehmen. Gucke mal. Da hast du noch einen Punkt. Das ist unmöglich zu schaffen, weil der Kollege da oben nicht drin ist. Mensch, EA Sports. Da hast du doch einen Punkt. Wir gehen mal hier hin. Oh, vielleicht die 5 oder 6. Es ist allermal. Schade, Meister. Das ist so zum Kotzen wirklich. Wir gehen in die Box. Oh, pushy push. Bringt mir 0,0. 0,0. Und es ist ein Lewandstowski. Ah, perfekt. Den setzen wir vorne rein. Also bis jetzt hast du 2 Chemie gewürfelt. Ich gehe auf RAV. Nummer 5. Die 5. Dampfrase. Dampfrase. Auch nichts. Schade, Simau. Wir gehen erstmal hier rüber. Das ist der Kapitän. Direkter Fullbruch. Oh, wieder die 5. Aber der gibt einen Duppen. Oh. Wir sind bei 9. Mein Gott. Greift der nochmal an. Greift der nochmal an. Dieser Simau. Wird er nochmal angreifen. Hinten. Wie sieht es hier hinten aus? Was wird geboten? Okay. Wir haben einen Silvestri und es wird ein Adern. Wir setzen einen Adern und wir kommen auf sagenhafte Zehnchen wie hin. Das, meine Damen und Herren, ist meine Woche. Meine Woche. Das ist unfassbar. Wirklich. Du würfelst schon am Anfang und es ist schon gelaufen. Meine Woche. Ich füll automatisch aus? Ja. Füll automatisch aus. Muss man halt nachher ein bisschen mehr sich anstrengen. Da darf man sich halt nicht so in die Rücksicht. Da muss man ein bisschen pushen. Manage das euch holen? Ja. Hol das Ding ab. Hier. Bin im Bruch. Es war die 6 und fällt noch auf die 3. Das sagt wirklich alles. Oh, der hat noch einer gebracht. Son Pellegrini. Und wir kommen auf eine sagenhafte 93er Bewertung. Es ist einfach zum Kotzen. Es ist einfach zum Kotzen. Jetzt habe ich 2 von den Dinger. Was habe ich verbrochen? Dort oben, dass ich kein Glück habe. Dann habe ich 2 von den Apparate. Das ist krass. Was habe ich verbrochen? Das ist krass. Es ist aber auch so das gewisse. Guck mal. Auf deiner Seite ist ein Tattoo. Das ist krass. Das hätte mir doch gerade hier alles geben müssen. Auf der Seite ist vielleicht auch einfach diese Gewinnermentalität da. Dieser Ehrgeiz. Bei dir brennt kein Feuer. Du bist leer. Du bist tot. Was soll da brennen, wenn ich einen Thibobanner auf LM als LF kriege? Was soll da brennen? Dein Feuer ist einfach aus. Was soll da brennen? Dein Feuer ist aus. Bring es hinderlich. Zwei Stück, Jungs. Die hätte ich dir so mit Liebe gegeben. What the hell? Und jetzt noch einer. Und noch einer. Die App rennt jetzt schon. Die Finger sind trocken. Beide weggerutscht. Oh ja, jetzt habe ich die Spanner. Spann doch noch mehr, Alter. Scheiße. Boah. Scheiße. Lasst dir 20.000 Likes da. Ich will dieses Wirfelding und ich schieße ihm sechs Stück da drauf. Ich schieße ihm sechs Stück drauf. Unfassbar. Alter, guckt euch an. Alter, das gibt eine dicke Lippe. Alter. Wie aber auch spannend, wie ehrenlos. Er macht so. Er macht so. Ne, das war weiter, das war weiter. Guck mal, ich zeig dir das mal kurz. Da hast du dir die Augen zu gehabt. Das war so. Das war ja gar nicht 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 so. Lass dir 20.000. Lass dir 20.000 Daumen nach. Das du sagst, das wäre so. 20.000 Daumen. Dann gibts hier nach Würfelauge. Oh, das Ding werd ich mir holen. Und dann gibts richtig Rache. Alter, tut das weh. Tut das weh. Ist das scheiße. Scheiße. Ciao. Schöne Woche, schöne Woche. Schöne Woche. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.